Merhaba, ihr kleinen Magis und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. So, wir sind dann immer noch in Memphis und machen hier die letzten, oder die letzte Nebenquest. Danach geht's dann Richtung Norden, Richtung Alexandria, da machen wir dann auch noch die Quests. Und nächste Folge, egal wie weit wir diese Folge kommen, geht's dann mit der Hauptquest weiter. Wir müssen hier noch die Amulette abliefern, um sehr, sonst wird der nämlich sehr böse. So, und Freunde, ich freue mich schon sehr auf Assassin's Creed Mirage, das im Oktober erscheint. Und das wird natürlich auf diesem Kanal, auch am Erscheinungstag, als Let's Play auf dem Kanal erscheinen. Ist doch klar. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Ach, guck mal hier. Also schön, worauf wartest du noch? Ich habe sie nie angefasst, du Neckentieradet. Oh Gott, hoffentlich hole ich die ein. Oh, 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 langsam, langsam, langsam. Zack. Und den anderen auch noch gleich, und den anderen auch noch gleich, und den anderen auch noch gleich. Prima. Na, bleib ruhig stehen, bleib ruhig stehen. Zack. Alliopp. Und los geht's. Oh, 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 hole ich ihn jetzt. Ja, 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 ja. Zack. So, aber warum denn tragen? Kann er nicht gleich liegen bleiben? Aber ich weiß nicht, wo er hin muss. Hey, hey, was? Jetzt geben wir gleich den Nächsten. Level 20, da musst du dir mal überlegen. Oh, 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 oh. Zack. Zack. Du noch was? Zack. Wo reizt denn hin, Junge? Ja. Oh, ey. Ja. Geh doch einfach nur da rein, bitte. Danke. So, dann war hier so ein bisschen versteckt. Bitteschön Ja, passt So und dann müssen wir auch hier hin. Komm hier, machen wir eine kleine Schnellreise. So, Seenu. Alright. Oh, Verzeihung. Oh. Ups. Diese Tunnel hat der Seher erwähnt. Ich bin auf dem richtigen Weg. Nice. Wow. Ah. Hey. Verdammt. Was du denn, Junge? Halt deine Waffen bereit. Klar? Nichts. Hey, was? Oh. 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 Hängst mir mal hier drüben. Oh. Zack, 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 zack. Mal an. Feierabend. Nächster. Ach so. Wer hat hier wen, Junge? Ich hab das Ziel in Sicht. So. Hier gibt es noch ein Schätzöcken. Steck ich ein. Ist doch klar. Oh, krass. Okay, dann nicht. Nicht darüber. Doch. Ist hier noch was? Ah. Oh. 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 Ihr Göttlichen. Umkreist ihn. Möge das Amulett sein Kabel schützen. Das waren alle drei Amulette. Und sein L und sein M. Nun kann ich zurück zu dem Seher. Okay, dann geht's hier wahrscheinlich wieder raus. Okay, dann geht's hier wahrscheinlich wieder raus. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Kommt auch sehr geil mit dem Reset. 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 Wunderschön. Wie riesig dann ist, ey. Was war das? Was war das? Sag mal, mach ich hier jetzt bis Alexandria unter Tage? Oder? Wie sieht das aus? Alter, wie groß das ist. Wie groß das ist? So, komm. Ich bin gespannt, wo wir jetzt rauskommen, hier. Tempel des... Puh. Okay. Also dann. Back to the Seher. Moin. Oh, wiii. Ui, ui, ui. So. Da wartet er schon auf dem Boot. So. Grüße dich. Le klar. Das des Abenteurers. Er starb einsam an einem Schlangenbiss. Das ist traurig. Aber ich betrachte deine Schuld als beglichen. Ein heiliges Eiland liegt tiefer in der Umarmung von Mutter Neil. Bring mich dorthin. Und ich werde den Schleier lüften, der deine Albträume verhüllt. Okay. Ups. Sag mir, was du gesehen hast. Ich sah... Ja, hier! Ich sah das, was seit nunmehr einem Jahr jede Nacht hinter meinen Augen schlummerte. Alles beginnt mit einem Sandsturm. Ich stehe auf und gehe durch einen Ruinen-Gang in die Halle der vollständigen Wahrheit. Dort legt mein Zwilling ein schwarzes Steinhaerz auf die Waagschale der Maat. Und dann schlägt die göttliche Schlange zu. Oh. Oh! Äh. Kommst du mit? Oh Gott. Oh Gott, Seah! Seah! Sei sehr vorsichtig, bitte. Ich glaube, der packt das schon. Haben sie den Seah einfach runtergeschnappt. Ja, das sind ja überall Krokodile. Und dann schlägt die göttliche Schlange zu. Apophis. Beidekt ist doch nicht mal da. Größer als die Vernunft. Ein Bogen aus Licht erscheint in meinen... Oh. Hätte sie nicht noch irgendwie abwimmeln können, Mensch. Alter, hat der... Ist der... Was? Seah, komm, steh auf. Simuliere hier nicht. Los jetzt. Ein Bogen aus Licht erscheint in meinen Händen. Seah. Hier drüben. Ich werde verwundet. Dann steige ich durch. So. Erlöser. Willst du von dem Fluch, der deinen Schlaf befallen hat, befreit werden? Na klar. Es gibt einen Ritus, der ihn auf ewig aus deinem Verstand tilgt. Ja. Dann tu es. Gehe unter das Wasser südlich von hier. Und hole die Statue des Chnum aus dem versunkenen Tempel des Ramses. Mit dem Ebenbild des großen Töpfers kann der Ritus vollzogen werden. Okay. So. Geht weg. Alter, das Riesenkrokodil hier auch an der Seite. Junge. So. Okay. Okay. Die Statue. Ich werde sie dem Seher bringen. So. Hauptsache, das Boot ist noch da. Aber sieht gut aus. Na. Wir sind da nur unten drin. Okay. Seher, ich komme. Spielt der da? Flöte oder was? Gibt es denn hier zu flöten, Junge? Oh ne. Flöte nicht. Hier ist die Statue. Chnum. Schöpfer der Kinder. Er wird an deiner Stelle gegen Apophis kämpfen. Der Ritus braucht deine Willensstärke. Sitze an meiner Seite und meditiere, während ich zu den Göttern spreche. Wachse, oh Licht. Okay. Tritt hervor, oh Licht. Erhebe dich, oh Licht. Let's go. Oh Licht. Wo ist er hin? Der Seher ist fort. Wie kam er von der Insel? Ein Traum aus der Asche. Ja, geil. Wahrscheinlich sofort, zwei Minuten, nachdem ich mich hingesetzt habe, dachte er sich so, ja, tschüss du Penner. Okay, aber wir sind hier in Memphis durch, Freunde. Wir sind hier durch. Das bedeutet, wir können hier hoch. Hier ist überall nischt. Hier wäre dann was. Der Neue in der Stadt. Da können wir mal vorbeischauen. Ja, und dann nächste Folge, wie gesagt, reiten wir dann vielleicht schon Richtung Skorpion oder Schakal. So geil, was man da manchmal raus hört. Jetzt habe ich irgendwie die Keku gehört. So, ach. Hier haben wir Tahaka kennengelernt. Ich erinnere mich. Willkommen, willkommen in Letopolis. Hallo. Letzter Traum des verstorbenen Tahaka. Ah ja. Willkommen. Willkommen in Letopolis. Ich vergesse nie ein Gesicht, aber deins habe ich noch nicht gesehen. Wett? Du hast es. Dein neues Heim. Ein Wunder menschlicher Arbeitskraft. Das große Werk beginnt. Nein, das ist nicht wahr. Du weißt es nur noch nicht. Wir geben jedem Neuankömmling ein Haus. Grab es aus und hilf bei den Bauarbeiten. Ein neuer Anfang. Ich bin nicht hier, um im Sand zu leben. Sprich mit einem unserer neuen Einwohner. Wie Nehi. Er weiß, wie befreiend es ist, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ich kann sie nicht abstreifen wie eine Schlange ihrer Haut. Willkommen, Nebet. Die Stadt der Zukunft Ägyptens heißt alle willkommen. Ja, ich kriege ihn aus, habe ich gehört. Bei den Göttern. Was soll ich denn nur tun? Frieden, mein Freund. Was ist geschehen? Die Götter haben mich verflucht. Ich verlor meinen Hof. Und meine Frau an meinem Bruder Mjammu. Und jetzt habe ich auch meinen letzten Besitz verloren. Mein Wagen blieb in einem Graben weit vor der Stadt stecken. Als die Nacht hereinbrach, hörte ich schreckliches Gebrüll. Ich ließ sie einfach zurück. Meine armen Ochsen. Alles, was ich noch hatte. Was, was soll ich nur tun? Gebrüll? Es gibt keine großen Raubtiere hier. Ich bin trotzdem lieber geflohen. Sie waren die letzten Geschenke meines Vaters. Kufu und Kiera. Und ich habe sie dort gelassen. Mit all meinem Besitz. Wenn ich dort entlang komme, werde ich sehen, was ich finde. Und jetzt arbeite du erst mal an deinem Haus. Wie? Vielen Dank. Mein Haus kannst du zur Rechten vom Tempeleingang finden. Mögest du auf den Schwingen des Horus fliegen. Okay. Dann werden wir mal den Karren aus dem Dreck ziehen. Für dich würde ich sterben, Karren. Glaub mir, eines Tages hole ich dich da raus. Und dann bringe ich dich zu Nähis. Äh. Der stellt dich in sein Haus. Genau. So. Huch. Da ist der Karren. Hängen hier die Tiere zusammen mit den... Lasst mal sehen, wie ihr euch verfangen habt. Klar bei euch. Oh Gott. Schnell. Schnell. Na, das war ja easy. Gut, dass ich nach euch gesucht habe. Ich fürchte, Nehi wäre sonst tot. Und ihr werdet jetzt Löwenfutter. Hm. Hm. Oh. So. Nehi. Bayek! Du hast Kufu und Kiera gefunden. Na klar. Dann kann ich ja heute vor Freude weinen. Sieh nur, wie viel du geschafft hast, seit ich gegangen bin. Ich habe etwas Seltsames im Haus gefunden. Es weckt meine Neugier und gleichzeitig jagt es mir Angst ein. Kannst du mal nachsehen? Zeig mal. Klar. Als ich den Hauptraum ausgrub, fand ich eine unheilvolle Schrift an der Wand. Alte Schrift. Ich weiß nicht, was sie bedeutet, aber sie jagten mir große Angst ein. Sie ist alt, aber unvollständig. Zu viele Teile fehlen. Ausgelöscht von Zeit und Sand. Glaubst du... Denkst du, es ist ein Fluch? Ich frage mal in der Stadt. Na gut. Was soll ich tun? Ich weiß nicht, ob ich hier schlafen kann. Alles wird gut. Tod. Du solltest mit Ramessu sprechen. Er kennt wirklich jeden in der Stadt und weiß auch über alles Bescheid. Da bin ich mir sicher. Okay. Komm, Pferd! Spreche ich mal mit Ramessu. Aha. So, Junge, was ist hier für ein Grillfest? Hast du mal zu? Dieses mürrische Gesicht kenne ich doch. Du bist wegen deines Hauses hier. Nein, ich. Du gräbst dir sicher im Handumdrehen ein Haus aus. Genug. In Nehis Haus gibt es seltsame Schriftzeichen. Nichts, was dich sorgen muss, mein Freund. Das haben schon drei andere gesagt. Aber die Zeichen sind zu alt, um sie noch zu deuten. Das sehe ich mir an. Du verschwendest deine Zeit, aber wie du willst. Hä? 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 Jetzt hat er gesagt, das sehe ich mir an. Ey, wenn er jetzt wieder zum Haus zurück wäre. So, hier ist auch gleich jemand. Eck da. Ich glaube, es hat noch jemand so etwas entdeckt. Darf ich sie sehen? Sicher. Geh nur rein. Okay. Wow. Der Stil sieht ähnlich aus. Vielleicht sind sie Teil derselben Botschaft. Okay. Hat er sich natürlich geschwind auch gleich abgezeichnet. Hat er sich natürlich geschwind auch gleich abgezeichnet. Oh. Oh, das ist schon krass, ne? Wie lange diese Nebenquests teilweise gehen. Hallo. Darf ich mir ihre Wände angucken? Bist du neu hier? Auf der Durchreise. Aber einem Rätsel auf der Spur. Gibt es alte Hieroglyphen in deinem Haus? Hat die nicht jeder? Hat mir nichts dabei gedacht. Warum? Bedeuten sie irgendwas? Ich bin nicht sicher. Darf ich sie sehen? Warum nicht? Sag mir, ob ich mir Sorgen machen muss. Zeig mir deine Hieroglyphen. Noch ein Teil der Botschaft. So, aber einer fehlt noch, oder wie? Okay. Okay, 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 okay. Wow. So. Ich muss auch gerade mal sagen, ey, die Strohtextur sieht doch voll gut aus irgendwie. Prophetische Nachricht. Ist es eine prophetische Vision? Wenn du einen festen Stand in Letopolis hast, sieh nach Westen zu den Pyramiden. Zwischen den goldenen Dünen liegt der Tempel der Millionen Jahre bewacht von steinernen Löwen. Wo ist dieser Tempel? Okay. Tempel bewacht von steinernen Löwen. Können die vielleicht da sein? Lass mal gucken. Erkundungsgebiet. Vielleicht sind wir auf dem richtigen Weg, Freunde. Das sieht doch gut aus. Wer sind die denn jetzt? Ah, Freunde. Ich vergesse nie mein Gesicht. Oh, oh. Oh no, oh no. Dich zu töten wird mein erster guter Tag. Oh, 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 oh. Ich vergesse nie ein Gesicht. So, jetzt zu dir, Getia. Zack. Ich glaube, hier sind mal richtig Freunde. Ich bringe mal die Fackel aus. Was wollten die Priester mit ihrer letzten Zeremonie erreichen vor so langer Zeit? Irgendein altes Gebräu ist längst vertrocknet. Trink mal. Ah, die Göttin des Gemetzels. Dieser Ort war also Sachmet geweiht. Letopolis war doch die Stadt von Horus. Hm. Ein Gebet. Gebetspapyrus an Sachmet. Oh, löwenköpfige Herren des Feuers. Tochter des Reh. Königin der zwei Länder. Herrscherin über das Haus der Waagschalen. Meisterin von Apophis und Amid. Sieh die zerstört. Wir beschwören dich in all deinen Namen und all deinen Plätzen und machen dir diese Stadt zum Geschenk. Blase die Wüste über sie und verschlinge sie. Nimm sie als Ganzes. Halte im Gegenzug deine verheerenden Kräfte von den Pharaonen und dem restlichen Ägypten fern. Ah, und jetzt wissen wir auch, warum hier überall Sand rumliegt, Junge. Diese Männer, sie waren Wop-Priester. Wop. Wurden sie getötet oder haben sie ihr Schicksal selbst gewählt? Letopolis wurde von unseren Ahnen den Göttern geopfert, sodass der Rest des Nils dem Reich der Menschen gehören konnte. Diese Priester haben die, vor der alles Böse erzittert, beschworen und um ihren Schutz gebeten. Indem sie das Gebräu tranken, übergaben sie Sach mit ihr Leben und ihre Stadt. In ihren Augen wäre Tahakas Projekt ein Sakrileg. Tja. Jetzt müssten wir den ganzen Leuten eigentlich verklickern. Oh, ho, 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 ho. Verklickern, dass, ähm, sie aufhören sollten zu graben. So, da machen wir mal schnell so. So, da machen wir mal schnell so. Wir haben nicht mehr in diesen Symbolen zu leben. Nebifair ist sogar zum Essen vorbeigekommen. Hast du etwas herausgefunden? Das habe ich. Aber ich denke, es wird dir nicht gefallen. Oh, ein Fluch! Ich wusste es! Nein, nicht ganz. Letopolis war ein Opfer an Sachmit. Zum Schutz der Menschen am Nil. Wir haben die Göttin des Gemetzels verärgert. Kein Wunder, dass der Sand sich immer höher auftürmt. Sie will die Stadt zurück. Seht die Verantwortlichen blind oder wahnsinnig? Ich halbe sicher nicht hier. Vielleicht kommt Nebifair mit mir mit. Was machst du? Mein Aufenthalt hier ist von kurzer Dauer. Du warst freundlich zu mir, als andere es nicht waren. Vielleicht werden wir uns eines Tages wieder über den Weg laufen. Vielleicht. 1500 gibt es dafür. Nice! Okay. Dann haben wir Letopolis auch abgeschlossen. Weiter würde es dann hier gehen. Und hier. Ja, und dann noch die drei hier in Alexandria. Ja, Freunde. Ach nee, guck mal, hier sind auch noch zwei. Alright, alright. Wir haben hier gut zu tun, Freunde. Aber wie gesagt, jetzt die letzten sieben Minuten. Versuche ich noch eine abzuschließen. Und danach machen wir erstmal Hauptquest weiter. Ist doch klar. Pferd. Alter Kumpel. Und hier los? Schlüssel verloren oder was? Mein saudummer Bruder hat sich da drinnen verbarrikadiert. Mit wem redest du denn da? Es ist einer von denen, oder? Nein, du Idiot. Er fürchtet Sefetus Männer. Aber den Kopf in den Sand zu stecken, hilft auch nicht. Ich bin doch kein Schlaus. Höre ich da Pferde? Sind sie das? Lauf besser weg! Bitte. Wenn er nicht arbeitet, werden Sefetus Steuereintreiber etwas Furchtbares tun. Ich weiß nicht, ob ich ihn überreden kann. Aber ich halte nach den Eintreibern Ausschau. Ich werde sie überzeugen, euch in Ruhe zu lassen. Ja, je weiter wir Richtung Alexandria kommen, desto einfacher werden. Also, desto kleiner die Level-Anforderungen. Sind wir schon bei Level 17? Dieser Ort wird schwer bewacht. Egal. Vor allem, vielleicht kann ich die davon überzeugen, euch in Ruhe zu lassen. A.K.A. den Steuereintreiber einfach umbringen. Ist auch nicht schlecht. Wow. Oh, sehr schön. Er geht gerade vor das Lager. Sieht er mich? Sieht er mich? Sieht er mich? Oh, er ist kurz vorm Einpennen. Zack. Vogelstrauß-Taktik? Was? Okay, war es das oder wie? Anscheinend war es das schon. Krass, das ging jetzt flott. So, auf nach Seis. Tisch mit Informationen. Dann fange ich das auch noch schnell an. Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Meister Tahakas Frau ist so nett. Ich kann den Göttern gar nicht genug danken, dass sie uns gesandt wurde. Meister Tahaka aber nicht so sehr. Meister Tahakas Frau ist so nett. Ja, ich weiß. Ich kann den Göttern gar nicht genug danken, dass sie uns gesandt wurde. Wo willst du denn da hin, sag mal? Meister Tahakas Frau ist so nett. Ich kann den Göttern gar nicht genug danken, dass sie uns gesandt wurde. Ich dachte gerade, das wäre der Haker. Bin ich hier richtig? Ich glaube schon. Oha. Oha. Hier gibt es ja einiges noch. Komm, nehmen wir alles mit. Vier Quests sind zugefügt. Geil. Einer eingesammelt, vier bekommen. Sehr schön. Dann gucke ich mir das auch noch schnell an. Machtmissbrauch. Huch, was war das denn? Entschuldigung, Entschuldigung. Wann hast du? Diese Ernte muss bis zum Abend für den Transport aufgeladen werden. Das dauert länger als nur einen Moment. Meinst du nicht? Es tut mir leid. Sonst sind wir zu zweit. Aber mein Sohn kommt nicht mit. Eines nach dem anderen. Lass ihn ruhig ausruhen. Ich helfe dir mit der Ernte. Er ist zu jung, um auf dem Feld zu arbeiten. Ich weiß das. Doch meine Arbeiter sind fort, weil ich nicht zahlen konnte. Die Steuereintreiber verlangen all mein Getreide. Sonst brennen sie mein Haus nieder. Danke, mein Herr. Nun kann ich Sifeteshunde bezahlen. Wenigstens dies eine Mal. Erzähl mir von den Steuereintreibern. Sie reiten auf den Straßen von Sais herum. Meist in den Außenbezirken. Ihr böser Meister Sifetu lässt sie die Bevölkerung vollkommen ausquetschen. Mal sehen, ob ich sie finde. Und sie überzeugen kann, sich zu ändern. Arbeite du auf dem Hof. Und sie dein Junge. Ja, Neb. Er wird wieder zu Kräften kommen, da er sich jetzt etwas ausruhen kann. Die Götter segnen dich. Jo, gleichfalls. Okay, dann ist schon der nächste Steuereintreiber. Ich suche nach dem Hafenmeister. Wieso? Eines meiner Schiffe trifft bald ein. Mit vielen Krügen, Oliven oder Litzin und Öl. So. Wird er bewacht? Er wird bewacht. Aber kein Problem. Aus dem Weg! Beschütz den Kyrios! Zack. Du hättest nicht herkommen sollen. Na ja, Junge. Oh. Zack. QW ist abgeschlossen, liebe Freunde. Cool. All right. Wir haben vier neue Quests dazubekommen. Hier in Alexandria haben wir noch vier Stück. Da wartet auch der Außenseite. Aber wir sind bei 40 Minuten, liebe Freunde. Ich würde sagen, das soll es jetzt erstmal gewesen sein für diese Folge. Nächste Folge kümmern wir uns um die Hauptquest. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis morgen dann zur nächsten Folge. Ciao.